Tipp des Tages Ich habe das erste Mal hier die poliert, nur mit Schleifpolitur und dann habe ich die gemacht, also mein Tipp, gibt es Gravitation hier auf der Erde, macht nicht die gleiche Fehler, was ich habe gemacht, das erste Mal die Grill, weil die Dreck wegen Gravitation fällt immer runter und nicht hoch, deswegen das erste Mal die Grill, und dann was die Dreck fliegt hier runter, das reibst du ab und dann diese polieren, weil das hier ist so softplastisch, so wie bei der B-Säule, das guckst du an und da ist schon Kratzer, deswegen, das kann man ganz schnell abkratzen, also erst einmal Grill und dann hier unten, das war's. Seht ihr, das hier? Das 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 No, Fokus Die 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 wird noch korrigiert mit so kleinen Rote Ich würde mit so rot so auszupfen Die Rest von Und die Rest von den Radkasten Ich finde das sieht Picobello aus Hier wird versiegelt komplett, aber das seht ihr gleich in dem Video Und jetzt Machen wir die andere Seite Ah, die Bremsfassel wird auch poliert Ja, ich mag die andere Seite, dann seht ihr das Ja, ich mag die andere Seite, dann seht ihr das Die GPD Fahrer war da Und Tadaa Ich mach hier ein kleines Fitnessstudio, so oldschool mäßig, draußen in Regen, im Dreck Ich muss anfangen trainieren, weil langsam ich sehe ich sehr sehr scheiß auf Bis zum nächsten Mal Es war Und jetzt geht's. Hallo, fangen wir an mit Versiegelung, wo ist da nichts werfen poliert, versiegelt wird mit Sipang, Miyabi, dann wieder Sipang, Scan Grip, Maske, 1, 2, 3 Tücher, Handschuhe, Applikator Kamikaze Collection hat ein Endreiko, das habe ich nicht, jetzt das höchste, das Maximum was ich machen kann, ist dieser Semi Self Healing Effekt, da sage man nicht Self Healing Effekt, weil eigentlich ja viel Steilschlagschutzfolie, Firmen, die ich sage, oder viel Versiegelung Self Healing Effekt, das denke ich nicht, weil nicht alle Kratzer gehen zu, nur Semi, nur Hälfte oder ein paar Prozent von der Kratzer gehen zu, also wenn ich möchte versiegeln, das Auto mit, erst einmal Miyabi und dann Sipang, das ist für Schutz, aber bei Sipang, Miyabi und dann wieder Sipang, da hat dieses Semi Self Healing Effekt, also das ist die höchste, was ich machen kann bei einem Auto, machen wir jetzt die Lack, erst einmal, dann machen wir die Scheibe, dann machen wir die Radkasten, und dann die vier Felge, das was fangen wir an. Auto ist versiegelt, komplett, drei Schichten, ein 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 Schichten, eine Scheibe ist versiegelt, das sieht man eh, jetzt haben wir das abgedeckt, also ich habe abgedeckt, weil da kommen die Radkasten, und die Radkasten wird mit so Irrba-Spistolen versiegelt, soll überall aufschlauen, und überall spritze ich drauf, die Versiegelung, plus ich muss noch die Schraube jeden einzelnen polieren und auch mit Irrba-Spistolen versiegeln, was fange ich jetzt an. Ich weiß nicht, ob sieht man einen Unterschied, weil ich denke ich schon mal. was fange ich jetzt an. Ja, jetzt habe ich jetzt ein Schichten. Also, nicht nur die Schichten. Und das ist für das Schichten. Also, nicht nur die Schichten. Und nicht nur die Schichten. Egal, aber ich sehe, da sieht man einen Unterschied, riesig, ja, weiter geht's. Egal, aber ich sehe, da sieht man einen Unterschied, ja, weiter geht's. Egal, aber ich sehe, da sieht man einen Unterschied, ja, weiter geht's. Ich sehe, da sieht man einen Unterschied, ja, weiter geht's. Na ja, so sieht's aus, zum Versiegeln, die Radkasten mit Airbrush. Das ist mein kleiner Airbrush, das ist mein Rupperswagen, aber ich habe Airbrushwagen gemacht von dieser. Was ist sehr, sehr wichtig, wenn ihr macht sowas, unbedingt ein Ventilator, was bläst raus von dem Raum. Diese Keramikversiegelung, dieser Dampf, was produziert die Airbrush. Maske, sehr, sehr wichtig und noch was, du innen drin, ihr habt bestimmt gesehen, ich habe gezeigt, diese kleinen Schlau oder sowas, mit Keramikversiegelung zu machen. Ich habe schon gesehen, bei ein paar Profis, die mag Silikonspray drauf, weil das ist halt viel billiger und du hast in die Dose, du musst nicht die Versiegelung rein in die Airbrushpistole, das ist viel zu aufwendig, diese. Und ich mache so Silikonspray, weil das glänzt auch schön. Das Problem mit diesem Silikonspray, dass die Dreck haftet auf diese. Die Dreck bleibt da. Und wenn die Dreck haftet auf das Silikon, das wissen wir, dahinter fangen an, zum kaputt gehen, zum rosten die Metalle oder bei den Gummis geht kaputt, genau deswegen. Aber bei so Keramikversiegelung, ich schreibe das ein bisschen ab jetzt. Und wenn das trocknet, haftet nicht die Dreck. Also nicht mit so Silikonspray oder solchen Aktionen, nein. Lieber, mach nichts. Putz das, lieber versiegeln das nicht. Lass es so, wie mit diesem glänzenden Silikontreck zum Rheinsprühen. Lohnt sich nicht. Das war's. Weiter geht's.